Mit PowerAmp verwandeln Sie Ihr Android-Gerät in einen leistungsfähigen Musikplayer. Für uneingeschränkten Musikgenuss auf Ihrem Smartphone oder Tablet brauchen Sie einen Player, der sämtliche Dateiformate unterstützt, hervorragende Soundqualität und zahlreiche Einstellungen bietet und dabei den Akku schont. Testen Sie PowerAmp, einen leistungsfähigen Player, der speziell für Android-Geräte entwickelt wurde. Sehen wir uns die App genauer an. Erstellen Sie eine Playlist mit Tracks aus verschiedenen Ordnern oder aus der gesamten Musikbibliothek Ihres Smartphones. Passen Sie mit dem Equalizer die Soundqualität nach Belieben an oder wählen Sie eine der Voreinstellungen. Laden Sie sich über den Playstore einen Skin herunter, der zu Ihrem Smartphone-Design passt. PowerAmp sucht automatisch die Album-Cover zu Ihren Tracks und erlaubt Ihnen, die Tags Ihrer Songs zu bearbeiten. Über integrierte Widgets erreichen Sie schnell und bequem sämtliche Player-Funktionen. PowerAmp wurde speziell für Smartphones und Tablets entwickelt und garantiert stundenlangen Musikgenuss dank minimalem Akkuverbrauch. Entdecken Sie jede Menge Zusatzfeatures, die das Musikhören noch komfortabler machen. PowerAmp vereint Leistungsfähigkeit und Benutzerfreundlichkeit. Lauschen Sie Ihren Lieblingssongs ohne Kraft und Zeitaufwand und ohne Ihren Smartphone-Akku zu belasten. Überzeugen Sie sich selbst. Laden Sie noch heute die Testversion der App in Google Play herunter.